Jetzt noch so ein paar Standardfragen stellen. Wie alt sind sie, wo kommen sie her, was sind sie vom Beruf? Wir sind vorbereitet, wir sind auf jedes Wetter vorbereitet, die Welt kann untergehen, wir fahren rein. Wunderschönen guten Abend. Ist es zu laut oder zu leise? Versteht ihr mich? Boah, das liegt so lange. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Was? War mir hoch. Ja, er ist wahrscheinlich. War ich da? Haben wir jetzt zu los? Wunderschönen? Boah wir halt oder? Na da行, nr. Oh, maß. Alles breathe, richtig? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Nichts! Null! Und ich quäl mich! Ich hab's mal mitmacht so hergelegt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die Ordnung rein. Ja, weißt du, da klärtst du dich 350 Kilometer und dann hängt keine Fahne. Es ist viel zu kalt. Was ist deine Taktik für die Luftwichtshöhe, wo greifst du an? Lenker festklammern, durchatmen, schaffst du was noch? Ja, auf dem letzten Loch. Meine Scheiße, hier ist locker, ganz locker. So sehen Sieger aus. Heureux, finito de la Corsa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.